Oh, sie war eine Ballerina? Ballerina. Diese Runde hat Guy, die alles über sie geschrieben hat, in großen, schloppen Lettern. Ich finde die jetzt nicht so schlimm. Da, Foto. Ich glaube, nee, Postkarte, nee. War das die auf diesen Postern in der Eingangshalle? Eugene Denizek, der Stardirektor. Okay, das letzte Mal. Ich kann gar nicht so meine Brüste fühlen. Ich will nicht, ich will nur ins Bett gehen. Ich muss alleine sein. Das war's. Na gut. Ja, siehst du, das war das Poster. Das Plakat. Bolshoi Theater. Oh. Ja, die beobachtet. Das Name, es ist überall. Aber das war nicht die reale Sie. Ja. Das war nicht ihr Zimmer. Ich glaube, ihr Manager. Manager. Nee, das hat bloß geleuchtet. Ja. Oder reflektiert, besser gesagt. Ich habe schon wieder Angst. Ich habe keinen Bock auf den Typen. Ich habe keinen Bock auf den Typen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich den Namen... in dem Konferenzzimmer noch nicht rausgefunden habe, weil die den nicht benannt hat. Hm. Eine Page wurde zerbrochen. Ich kann nicht die Zahlen ausmachen. 5, 8, 9, 6. Meinst du die? 1, 2, 3, 5. Ach so, die restlichen Zahlen. Stimmt, das ist nicht gerade gut zu erkennen. Oder auch nicht. Da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Eine von diesen, die muss etwas für sie sein. So, aber erstmal hier gucken. Ein Arm reif. Ah, Ellie und Tori. Ellie und Tori, sind die vielleicht sogar ein Paar? Weil die nebeneinander in der Geisterwelt abhängen. Abhängen vor allem. Aber das kann ja sein, wenn jetzt in der Konferenz, in dem Konferenzraum einer Ellie oder Tori heißt, wird dann dem ganzen Rätseln ein bisschen auf die Sprünge kommen. Wobei ich meine, in dem Konferenzsaal habe ich rausgefunden, dass der da gegenüber saß. Na, aber schauen wir nochmal. Da. Ein paar Nummern, würde jemand sagen. Aber ich habe sensiert, dass es ein paar mehr zu ihnen gab. Ui. Erstmal lesen, ne? George's Haus. Mama, Niva Resort. Und da unten fehlt, äh, die Bezeichnung. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Ellie. Ich dachte, du war... Nein, nein, ich... Ich bin wirklich froh, zu hören, von dir. Warum hast du nicht mehr geholfen? Nein, du warst. Du warst. Du warst? Aber... Eugene. Das Slippery son-of-a-bitch. Sch... Ellie. Sie war sehr speziell zu ihr. Du musst nicht als Medium sein, um es zu sehen. So... Wenn du mit Ellie gesprochen hast, bedeutet das... Tori. Es ist dich. Der echte dich. Das ist dein Name. Das macht Sinn. Wirklich. Ein Name ist mehr als alles, was jeder dich nennt. Das ist, was du dir selbst fühlst. So, genau. Ich wollte den Rest hier auch noch anrufen. Das war... Äh, nach George. Dann Mom und das Resort. Hallo? Oh, hey. Sind sie schlafen? Es ist gut. Ich weiß, dass du bist. Ich bin auch. Ja, es ist morgen. Ein großer Tag. Ja. Danke. Ich sehe dich nach Hause. Tschüss sie für mich, okay? Nicht genau. Ein heißer Tag. Ein heißer Tag. Ein heißer Tag. Ja. Ja, Mutter. Ich weiß. Ich mache mein Bestes. Was? Nein, ich... Was ist das für meine Arbeit? Es ist nicht immer so, dass du. Ich nöte mich Victoria. Du weißt, dass ich das lief. Das... Viktoria. Das war ihre Namen. Aber nicht die reale. Nicht für sie. Er... was? Das war der Chef des Staffs? Du weißt, was? Keine Ahnung. Danke. Well, das ist ein stressvolles Job, ich glaube. War da was grad? Ah, warte. Ne, da kam ich nicht her, ne? Bei dem Spiegel? Oder war ich das, als ich hier rausgekommen bin? Warte. Ja, das war ich. Okay. Huh. Ach, hier bin ich wieder jetzt. Ich muss schon sagen, ich habe mich jetzt echt verlaufen, ne? Kommen wir aber nicht von hier? Ne, die kann da nicht mehr durchkriechen. Ich dachte, ich komme nochmal in das Konferenzzimmer. Ne, das war da hinten durch, ja. Hallo? Da geht's raus. Da muss ich wahrscheinlich hier durch. Boah. Da bin ich das erschrocken gerade. Ah, ja genau. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Okay. Und am Ende des Gangs ist dann das Konferenzzimmer. Halt. Muss ich hier wieder raus? Genau. Und jetzt hier zum Konferenzzimmer. Achso, hatten wir schon. Aber wo war es genau? War das hier? Gegenüber? Gegenüber? Ne, das war der... ...dem Nastikraum. Och, sie kann nicht mehr zurück. Dann kann ich nur durch den... ...spiegel? Da war doch noch einer, ne? Warte mal. Da ist... Aber jemand noch nicht dran, ey. Ach, hier. Ja. Es ist okay. Du kannst jetzt frei sein. Tori. Danke. Danke. Ach. Okay. Einer runter. Einer weg. Einer weg. Es besser zu kommen. Ich verstehe. Tori, die Abkürzung von Victoria. Der eigentliche Name. Oh, ist nur die Frage, wie ich das von dem rauskrieg. Was war denn hier hinten? Ich dachte jetzt schon, wie Tori und dann so mit dem zweiten Gedanken war es mir dann klar. So, und hier geht es zum Konferenzzimmer. Ach so. Da hinten durch. Boah, ich krieg da jedes Mal so einen kleinen... Haha. ... ... ... Ich muss nachdenken, die Vögel starten wird. Sie wissen, was sie sagen, wenn Sie früh sind, Sie sind in der Zeit. Nein, ich meine jetzt. Ich kann sie hören, sie über die Halle zu hören. Ja, ja, ich werde Sie wissen, wie es ging. Das Vögel? Okay, das ist die Stimme. So, dann war ja hinten ein Hinweis. Ich kann es nicht glauben, dass sie mich von Boris seien. Ich will nicht, welches Bein er ist. Er ist nur ein sechsterer Pogge, für all ich will. Und wie immer. Gegenüber von Boris. Nummer 9. Nummer 5. Nummer 7. 9, 5 und 7. Und gegenüber von Boris. Das muss ja nicht direkt gegenüber sein, oder? Jetzt ist es halt Nummer 2, Nummer 1 und Nummer 4. Aber ich denke halt 4. Halt, warte. Oh, ich habe es gerade vorgelesen. Was war das? 2 und 1, ne? Ja, 2, 1, 4. So rum. 2, der Jan, 1, Waldemar und 4, Nikolas. Und 1 ist abwesend. Aber ich habe das Gefühl, hier fehlt mir ein Hinweis irgendwie. Ah, das habe ich auch nicht gemacht, ne? Bei den Stühlen. Also ich sehe nichts und ich höre auch akustisch irgendwie. Irgendwie kein Hinweis. Wie löst man das jetzt? Als ob! Ah, das muss ich anklicken. Okay. So, this is Boris's seat. So, the one I'm looking for is... Da. Es ist genau wie ich sagte, nur man musste das anklicken. Ist der auf dem Stuhl gestorben, oder was? That's it. Nicholas. 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 Okay, Nick. Let's get you out of here. Okay. Vielen Dank.